Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Quest Uraltes Mana im Gebiet Suramar bei der ersten Arcanistin Thalysra anzunehmen. Dies ist hier wie in einer Höhle. Ihr seht meine Position. Nehmt die Quest gleich mal an und darf ich hinauslaufen. Hier seht ihr dann auch den Höhleneingang, wo es sich befindet. Hier wisst ihr es. Hier seht ihr auch noch mal die Koordinaten. Und jetzt muss ich die Mana Vorkommen suchen. Das war eins davon. Und ich suche weiter. Hier hinten ist auch eins. Also wie man sieht muss man diese Splitter hier sammeln. Ganz einfach. Und jetzt brauche ich noch einen meiner Splitter. Da hinten ist einer. Also die hier. Die hier. Ja. Die Mana Splitter sind hier. Und hier hinten verteilt. Und nun darf ich zurücklaufen zum abgeben. Darf da hinten hineinlaufen. nochmal den Eingang gezeigt. Und darf die Quest bei der erste Arcanistin Thalysra abgeben. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss.